Okay, jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, Sängerin, die ist durch eine Castingshow von Sparial bekannt worden. Und sie ist seitdem an ihrem Album erschaffen, live unterwegs. Was ich auch schon ein paar Mal live gehört habe, ist wirklich eine mega krasse Sängerin. Und wir freuen uns, dass sie da ist. Sie ist an ihrem Album gearbeitet. Und das Sentiment 2013, auch so kurz, sagt sie, was vielleicht ist nachher. Und ihr Name ist Diamant. Bitte einen riesigen Applaus für Diamant. Vielen Dank. 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 Ugh. Applaus